Was tun, wenn der Empfang vor allem auf den niedrigen Frequenzen massiv gestört ist? Es gibt LEDs, es gibt Schaltnetzteile, es gibt DSL, all das sind Störungen und manchmal kommen wir mit Drahtantennen nicht hin. Ich habe einen Tipp für euch. Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen DD0LQTC. Wenn die Drahtantenne nicht mehr funktioniert, könnte es, es muss nicht, aber es könnte sich lohnen die Sendeantenne und die Empfangsantenne zu trennen. Senden würde man nach wie vor über die Drahtantenne, die in irgendeiner Art und Weise einen guten Wirkungsgrad hat und empfangen würde man über eine Antenne, die eher die magnetische Komponente empfängt. Also entweder eine Magnetloop oder, so wie ich das hier habe, eine Ferritantenne, die in Resonanz gebracht wurde für die Frequenz, die man empfangen möchte. Ich zeige das hier am Beispiel von Radio DHLC. Ihr seht hier, 20 Windungen sind aufgebracht. Es ist ein kleiner Drehkondensator mit dabei, ich habe das so abgeglichen, dass es tatsächlich die 6070 Kilohertz trifft und dann geht es raus über eineinhalb Windungen in der Koppelspule in den Empfänger und ob man dann noch einen Verstärker vorsieht, kleinen Vorverstärker, so wie hier gezeigt, der ist nicht angeschlossen, der wird nicht benötigt für Radio DHLC in dem Fall. Das muss diese einzelne Situation zeigen. Es kann eine Lösung sein, es muss nicht die Lösung sein, für jede Situation. Aber getrennte Empfangs- und Sendeantennen kommen gerade in gestörten Gebieten immer mehr in Gebrauch und, ja, wie ihr sie hier seht, es funktioniert mit dem Empfang und, ja, das nahe 40 Meter Band oder das 3,5 Megahertz, der 3,5 Megahertz Bereich, das wäre, wenn man das Ding noch ein bisschen abgleicht, dann natürlich auch noch drin abgedeckt und vielleicht eine Alternative dazu komplett QRT zu sein. Wenn ihr QSOS schafft, egal ob auf einer Antenne oder auf zwei, wünsche ich euch angenehme QSOS, 73 und bye bye.